SUVs sind voll im Trend und so bringt Ford den EcoSport nach Österreich, Premiere auf der Vienna Autoshow 2014. Mit guter Übersichtlichkeit, hoher Sitzposition und ansprechender Raumausnutzung will der 4,27 m lange EcoSport bei den Kunden punkten, aber auch mit Features wie etwa Sprachsteuerung für Smartphone. Der EcoSport kommt als Benziner mit 125 PS bzw. 112 PS Automatik und als Diesel mit 91 PS. Alle Kosten ab 21.900 Euro. Allradversionen sind derzeit nicht erhältlich. Gleich neben dem EcoSport steht das nächste Highlight von Ford, der neue Mondeo, ganz im Ford-typischen Kinetic Design. Viel Multimedia, ein 8 Zoll großer Touchscreen sowie zahlreiche Assistenzsysteme bringt der neue Mondeo mit, der übrigens in den USA schon länger erhältlich ist. Marktstart in Österreich ist gegen Jahresende, auch eine Hybridversion ist zu erwarten. Marktstabschirm 5.100 Euro. Allradversionen sind der Ice.